So, heute ist auch noch mal meine Freundin zu mir gekommen und hat auch noch was Feuerwerk mitgebracht. Ich habe mir eben aber auch noch zweimal die Bloody Mary geholt für 333 aus dem Kaiser. Das muss man einfach mal mitnehmen. Nee, hast du jetzt zehnmal oder so, ich weiß es nicht. Ja, vielleicht kennt ihr die Pyrofan Alicia. Alicia, ich schreibe ihr Kanal mal in meiner Beschreibung rein. Ja, egal. Auf jeden Fall haben wir hier nochmal die Pegasus Fontänenbatterie von Veko. Dann wie gesagt zweimal die Bloody Mary von Veko. Dann haben wir hier ein Leuchtsortiment Spaceship One von Keller. Dann haben wir hier ein Familiensortiment Cobra von Veko. Dann neben ist ein Raketensortiment Mission Moon oder sowas von Keller. Dann haben wir hier einmal die wilde Hummel von Keller. Da drunter ist die Aragon von Veko. Da ist die Knallkette Hastala Vista von Keller. Da unten ist die Zombie Batterie von Komet. Dann haben wir hier einmal die Kopernikus von Veko. Da drunter versteckt sich die Feuersäule von Veko. Dann haben wir hier einmal die Cubic Thunder von Keller. Und einmal die 110 Titan Power Shots von Niko. Ja, jetzt haben wir wirklich erstmal, denke ich mal, genug. Ich denke ja eh, dass wir nächstes Jahr noch mehr wird. Aber bis dahin ist ja noch Zeit. Jetzt ist erstmal heute Silvester und wir lassen uns krachen. Okay, dann sagen wir zum nächsten Video.